Ich bin dumm, ich hab mir was bestellt. Also eigentlich muss ich mir zweimal bestellen, deswegen bin ich auch dumm, weil es mir beim Auspacken runtergeflogen ist und die abgebrochen ist. Die Anleitung ist auf Englisch, ich drauf gar nichts, all kind of galoshes. Es ist auf jeden Fall eine mechanische Nähmaschine zum Leder vernähen. Um zum Beispiel bei dem Throaster oben das Nike Swoosh falschrum mehr drauf zu nähen. Ich hab im Baumarkt so einen Holzklotz gekauft. Da warst du auch so ein Ständer dabei, aber Ständer hatte ich dieses Jahr genug. Nach einem kurzen Schlurf hier hab ich dieses Drehrad hier befestigt, was schon mal voll der Eck war. Ich musste diesen Nähfaden, der dabei war, durch diese ganze Maschine hier fädeln, durch ganz viele kleine Löcher und keine Ahnung. Das Englisch der Anleitung war so schlecht, dass sogar der Google-Übersetzer an seine IQ-Grenze gestoßen ist. Hab das Ding dann irgendwie eingeloggt, wie ich es immer mache. Mir einen meiner Testschuhe genommen, das Nike Swoosh abgekattet. Und versucht falsch herum wieder auf den Schuh zu nähen, wie so ein professioneller Schuhmacher. In der Theorie hat es auch geklappt, in der Praxis, naja, ist jetzt selbst, da geht nichts. Auch wenn ich kein Talent dafür hab, ich werde üben, hart gelacht, groß. Ciao.